herzlich willkommen ich möchte mal erklären wie das ganze hier funktioniert also die lerngruppe den link finden sie unten dann können sie kommen sie hierher da finden sie immer ein kleines video vielleicht auch dieses video können sich anschauen was ist das aktuelle thema nun es gibt einen kalender zu den entsprechenden sessions sie erstellen einen kostenlosen account und können dann an diesen terminen teilnehmen im moment sind die termine immer mittwochs um 19 uhr wie sie hier sehen meistens anderthalb stunden sie können so lange mitmachen wie sie wollen und können sie können auch ein bisschen später kommen schöner ist es natürlich wenn sie pünktlich kommen und von anfang an 19 uhr hier dabei sind klicken sie auf die links und dann sind sie im kurs vielmehr ist nicht dazu zu sagen was ist das ziel sie sollen zu einem bestimmten thema und auch fragen die von mir vorgegeben werden vor allem den teil arzt gespräch miteinander besprechen also die idee ist dass sie das selbstverständlich kostenlos machen können sie nutzen die infrastruktur von fachsprache.org sie müssen dafür natürlich nichts zahlen ich bin nicht dabei sondern es wird von einem mentor betreut das ist ein kollege von ihnen der schon ziemlich gut ist und der auch sicherlich bald die prüfung bestehen wird aber solange er noch da ist macht er netterweise noch diese sessions und moderiert das ganze und dann besprechen sie miteinander die dinge die eben das aktuelle thema sind und das ganze hat ein bisschen struktur und regelmäßigkeit und findet jetzt schon seit über einem jahr so statt mit gutem erfolg gestern die session war zweieinhalb stunden neuer rekord und das zeigt uns wie stark da das interesse ist und auch wie wie sinnvoll das ganze ist es gibt viele teilnehmer die kommen jede woche und nutzen das ganze zum wirklich sprechen üben und das niveau ist im moment auch relativ hoch in dieser gruppe das heißt auch wenn sie noch nicht so gut sind können sie davon sehr profitieren und wenn sie schon gut sind dann können sie davon auch profitieren weil natürlich man immer von den besseren viel lernt also machen sie hier mit es gibt zwei whatsapp gruppen weil es sind mittlerweile sehr viele interessierte da ist eine volle whatsapp gruppe und die andere also es reicht wenn sie in einer der beiden whatsapp gruppen dabei sind ich werde mich bemühen dass sie die links zu beiden whatsapp gruppen im kurs finden also gehen sie hier rein in den kurs und erstellen sie einen kostenlosen account und dann kriegen sie alle updates und das ist eigentlich alles wenn sie fragen haben dann schauen sie in den kurs es ist eigentlich alles relativ selbst erklärend wünsche ihnen viel spaß dabei